so hast du das alles hier an du meine fahndung was habe ich an mit die aktivität ja okay ja schon wo ist denn die aktuelle okay im foggy bottom drei kontrollpunkte und eine territoriumskontrolle komm wir fahren oben beim schlafen an okay können wir machen ich sehe das ja nicht mehr gut dass ich den streamer habe als ist doch alles fertig so ist das immer lange weile hat das problem ist jetzt gerade war ich habe ein bisschen gespielt cod aber irgendwie will ich eigentlich gar nicht spielen ja jetzt bin ich natürlich angefixt und ja richtig dumm dass du natürlich noch so lange ja ich weiß und nicht nur das ist ja nicht nur nicht nur angefixt ist es halt auch ein klasse multiplayer game vergessen noch oben drauf das ist es weil ich spiele es auch so viele bei uns und wir sind ja heute der holz reinforcements incoming Oh, 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 oh! Wow. Hab ich ihn jetzt hier killed? Oha. Der Backpast freie um 17 Uhr, ihr ist. Hab schon gehört's, Debuch. Das Debuch ist doch morgen Abend wieder da, oder? Ist freitags, doch du grad. Ach so, also freitag 17 Uhr ist er erst wieder da, also... Okay. Weil er meinte, gestern Abend Salzburg. Ja. Pff! Neeeeee! Oh, chillt ist perfekt, um so, um so'n kurzen Oh-Shit-Button auszulösen und dann nach wie zurück so'n wieder voll. What's up, Baba? Er ist der nächste angefixt für Diablo. Ja, aber es spielt Baba eigentlich, ist der PC-Spieler oder was? Nein. Aber ich spiele doch bei uns. Äh, war der schon bei uns in der Gruppe drin? Noch nie aufgefallen. Ähm, ja, selten mal, wenn ich mir eine Zeit hatte, gell? Na, jetzt hat er ja mehr Zeit. Ja. Jetzt kann er auch in die Party kommen, kann er mitspielen. Ja. Endlich, endlich mal ein Stop noch zusammenspielen, kann so... Sonst immer, äh... Auch Dennis freut sich darauf tierisch. Ja. Gerade wären schon schöne Abende und Grinds, oder? Ach, auf jeden Fall, da bin ich richtig nice. Ja, der Vision ist halt, wie seit, ja... Collectibles einsammeln und, äh, weiter geht's bei Diablo. Ist so mein Plan. Ja. Ich nehme bei beiden alles mit, so passt. Passt mir perfekt in den Kram, ja. Also die drei Titel, auf die drei habe ich mich eingeschossen, inklusive Sunbreak. Und da wird schon... Wird schon nice. Ja. Komm, wie schnell die Heilung ist, dass die Liebe ist. Daniel schenkt mir wenig Bacht. Ja, das macht er bei mir ohne, ich glaub' mal. Ja. Es ist grad hier hektisch, bitte, ja? Ich versuche mich so konzentrieren und ich bin alt. Ich möchte, ich bin alt. So. Da brauchst du dich, Baba. Da brauchst du dich, Baba. Und dann. Oder nachts... Nachts ist er ja auch da, aber da bin ich dann schon wieder am Penn. Fuck. Und da hab' keiner Lust mehr. Alter. Wo, äh... Wo, äh... Das ist ja auch da. Ich weiß nicht, das ist ja auch da. Echt... Ja, das ist ja auch da, das ist ja. Moin, Promeno! Hallo, Nancy! Alles gut? Mike? Na, wie geht's euch? Ja, ich war gut hier. Ich war gut. Moment. Ah, oder das kann natürlich nicht sein, weil ich die Aufnahme anhab, da das deswegen zu viel wird. Ich sagte doch, den... Ja klar, nicht, dass der Ansprecher voll läuft. Ich hab 32 Gigabyte drin. Naja, okay, nee. Das kann nicht sein. Ja, das hab ich extra gemacht dafür, aber... Ach, ein Rettungseinsatz. Okay, cool. Aber, äh, das ist schon... Ja, wild. Ja, spätig Mike-Session. Lass dich nicht ärgern, ne? Er läuft... Hatte Moin frei, aber dann klingelt das Telefon. Ah, ja gut. Da muss man auch manchmal ran, ne? Äh... So, her, her. Den Raum mitgenommen? Hm, hm. Oh. Ja, manchmal war gut. Ja, ja. Gibt's Neues bei, ähm, Division Mike, äh, ne neue Season. Die ist, ähm, wie die letzten Seasons, die rausgekommen sind, ist okay. Da ist jetzt nix, was, äh, was dein, äh, Domega umhaut. Ja, 5 wird da deutlich besser, ne? Ähm. Aber, wir nehmen natürlich alles mit. Den... Passt halt schon. Sackgeballer ist halt einfach super, gell. Sackgeballer ist halt einfach super, gell. Ebenjam, Moin, alles Gute, wie geht's dir? Ja. Ja. Aufs Dach. Achtung, jetzt kommt, ins... Guck mal, ins Gym. Fitnesscenter. Guck mal. Guck mal. Der Weg ins Fitnesscenter... Geht über, über Parcours, siehste? Ja, guck mal her, super. Passt richtig. Gym. 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 Lol, Kappa. Wir, wir steigen den aufs Dach. Da bist du am Arsch. Da bist du am Arsch. Da bist du am Arsch. Die ist denn am Arsch. Hehehe. Hä, bloß... Da könnte jeder mal blüht. Oh oh. Guck mal. Oh, ich liebe die Heilung. Alter. Alter. Alter, was ist hier los? O, alter! Wo kommt der her? Von hinten. Warte, ich komme. Oh, geil. Oh, geil. Der Roof ist on fire. Vermisst er immer noch sexy? Ja, ich weiß, Baba. Aber wabbelst du mal? Ich finde es, ich finde es dafür, was der Kram kann, so geil das aussieht, finde ich es zu teuer. Richtig. Schmatz. So, können wir mich mal porten? Ne, wir gehen runter, gell? Jo. Mal lassen wir uns die Treppe nehmen. Ich verlaufe mich jedes Mal hier um. Wie geil, wenn das hier auf das... Ja. Hier drauf klettern und dann von da ins Nachbargebäude springen, dranhangeln und wäh, und hast du nicht gesehen? Ne, mit dem Enterhaken. Oder mit so Fäden, die aus der Hand kommen. Ja. Genau, da gab es so einen, der hat so einen Gummi-Anzug an. Der kann das auch. Ja, alles gut. Wollt nur ein bisschen über meine Gefühle sprechen. Ja, ist okay, Baba. Ist okay. Na, alles gut, Nunu. Dafür finde ich das... Wenn denn irgendwas anderes... Ich bin da ja eh so... Äh... Schwierig, was das angeht. Ich mach sowas hier nicht gern. Alter, was ist denn hier los heute? Warum kriegt ihr so übelsten Damage? Keine Ahnung. Ich freu mich lieber, wenn sowas spontan und von Herzen kommt, statt irgendwelche Goals zu machen. Außer... Außer hier ein... Ähm... Sub-Support-Goal. Das hab ich eigentlich immer drin. Aber das ist auch mehr... mehr für mich und für das, was drumherum läuft, als alles andere. Oh, der ist... Ja. Alter. Alter. Ähm... Ey, du bist halt wie ich. Du bist wie ich. Ich hab doch gar keine Glaskanone an. Jetzt spiel denkst du wieder, ich hab ne Glaskanone an. Ist so. Guck mal, wie schnell die Heilung ist. Guck mal. Zack, 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 zack. Du bist am Arsch. Nein, hilf mich nicht am Arsch. Die Heilung ist gut. Ey, wie kann ich denn... Ja, aber ist der Mahlöge. ...so komplett aus dem Leben schießen? Die roten Malotik, der Mensch. Ich kann nur, wenn der Halt kommt und mit dem Frauenkind zart sein. Da hast du recht. Geh doch vor, Baba. Oh, ja. Oh. Ja, aqua, wir nehmen alles mit, gell? Okay. 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 Bombs! Ah ja, und diesem Monat hat die Ultimate von Diablo alles ausgelutscht. Bist du? Ja, ist ja okay. Ich bin ja schon froh, dass der Stand jetzt schon eigentlich besser ist, als das, was ich eigentlich erwartet hatte. Wo man ja größer Angst lag, ne? Kevin! Hallo? Hallo? Hallo! Was machen Sachen? Was machen? Der Nerd bleibt mich in 5 für den Raid. Aber nein, mein Lieber Nerd! Nein! Ich hab keine Zeit! Was? Nerdy? Nee, den Nerd von, äh, von... Nerd und Harne. Die zwei, die sind auch gut. Gut drauf. Oh fuck, wo kam der her? Da! Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Ah, gut! Geil! Okay! Guckuck! Was machst du auf dem Boden? Vielleicht auskrutzt! Vielleicht aber auch noch genießen! He 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 he! Ich hab so oft überlegt, das anzufangen,би? heute, am heutigen Tag, aber dann hab ich dir gesagt, niiiiiie nie! Ja jetzt, das bisschen hat Mauna aus! Das bisschen hat Mauna aus! Das bisschen hat Mauna aus! Das bisschen? Das sind noch zwei Monate! Eben! Das sind noch zwei Monate! Nehm, das sind noch zwei Monate! Nehm, nehm, nehm meine Illusion! Ich sag das, um mich selbst zu muss! mein leben hat ja ich sage das um mich selbst zu beruhigen das ist nicht mehr lang war das eigentlich in der open beta vor dann neue klasse oder neues jägerbild beides tatsächlich ich will da ich ja ich will definitiv auch zu release will ich den als range spielen mein rogue dafür habe ich den ich liebe bogen und der spielstil und der kram und in der ersten beta hat mir richtig gut gefallen und den behalde ich auch bei im full release aber ich werde den doodoo testen in droiden in der open beta wo ich bin da hildegard was geht von wo A new agent is joining your team. Transmissions jammed. Proximity coverage only. Backup activated. System rebooted. Warning. Entering Octo. TANNY! Dankeschön! TANNY E2191. Hilft der Sano schon 10 Monate beim Training. Dankeschön. Hab dich lieb, mein Guter. Wollte nur schnell etwas liebe Dahlfehl-Summer-Zingmann-Kleiner-als-drei. Vielen Dank, TANNY! Grüße an die Family! Ist, äh, bald. Sag ich dir. Muss ja auch mal Sound-Commands machen. Maik ja macht das. Der beschützt mich grad. Bin grad am lesen. Ah, ne gute! Ähm, leider, leider, äh, keine Zeit haben wir denn. Ist verplant. Ich hab eben schon gesagt, ähm, dann, ihr zweiter Zeit. Aber vielen lieben Dank, dass ihr an mich gedacht habt. Alter, wo... Wieso komm ich denn mit euch? A new agent is joining your team. Transmission is jammed. Proximity coverage only. Backup activated. System rebooted. Morning. Entering Darktown. Beste. Monty 80. Hilft jetzt der Sana beim Training. Willkommen. Menti! Vielen, vielen herzlichen Dank für den Prime-Sub. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ja, einen Monat überbrücken. Dann haben wir noch einen Monat mit Monster Hunter. Und dann kann Diablo kommen. Ja, es könnte nicht besser sein. Also ohne Scheiß. Die drei, also... Monster Hunter hat sich mit zu einem meiner Lieblings-Franchises entwickelt. Ne, das ist echt krass. Alt-World. Also ich kann nicht anders das sagen. Und ein bisschen Diablo und Monster Hunter zu haben in den nächsten Monaten ist, äh... Ich kann ja gar nicht sagen, wie geil das ist. Das ist einfach herrlich. Das ist genau mein Ding. Schade, vielleicht nächste Woche... Ja, lasst vorher mal schwätzen, Hane. Wenn ihr da plant. Dann kann ich mich besser drauf einstellen. Aber danke nochmal auf jeden Fall. Ja, mir geht's gut, Dani. Wie geht's euch? We'll let you hurt anyone again! Der bisschen Dennett hört wir schon längst... ...verreckt, hey. Da kommt ne fucking Drohne, ne? Wo ist die Drohne? Die Drohne gehört. Ah, hier. Ja, wenn die jetzt kommt, während wir den Kontrollpunkt packen, ist schlecht. Er ist grad in, äh... ...seitengasse... ...flogen. Was? Die Drohne. Die Drohne. Die Drohne. Ja, da. Die Drohne. Die Drohne. Die Drohne. schön acht tage urlaub sehr gut genießt die zeit zu angebilden mit dem bild schild nur zu holen denn oh shit button moin na alles gut wie geht's dir schiisch schiisch oh i hate one of them Oh Na, krass Okay Alles super, er freut mich Ja, mir geht's auch gut, danke dir Sascha, ja, du Oh, mit dem Agents Oh, Brokos Longos Oh Ich muss weg Ja Ja Das ist, äh, ne Stürmervarianten-Pomelum mit einer, äh, asozialen Heilung Also wirklich Richtig gut Ich brauch nur einen von den Viktern Rechts, rechts, rechts Wow Oh Äh, der Hive schon wieder Ach, guck, der ist das Beste, um zu verdeutlichen, wie gut die Heilung ist her Rechts ist weg Rechts ist zweiter Du bist links auf den, ne Beiden Okay Jetzt nicht mehr, ist wie tot Ne, ich pushe den ein Zweite weg Zweite weg Ich erge mich momentan über die Darks Und von einfach zu schlecht Bis zu schwach Hab ja erst knapp zwei Tage Spielzeit Nicht von sonder Bist du schwach Ja, es ist Es ist auch krass Es sind so ein paar, ähm, so ein paar Sachen sind halt noch nicht drin Die für, besonders für neue Spieler ein extremes Handicap bedeuten, ne Hier, grad was das Know-how-Level angeht und so Das spielt halt noch eine, ähm, große Rolle auch im PvP und dadurch bist du einfach benachteiligt Solange die, ähm, das Balancing in der Richtung nicht da ist Ist das halt, ja Spielst du halt den Hardcore-Mode, ne So ein bisschen Hast du es endlich fertig? Ja Aber noch, noch nicht, äh, noch nicht rausgehauen Vielleicht muss ich moin in der Bibliothek arbeiten, wenn ich es nicht schaffe Moin Muss ich mir mal anschauen Hab ja keine Sätze, wo ich wirklich spiele Headshot Regulus Bild moment Ist eh super Headshot Regulus Bild ist sehr, sehr stark Weil hier sind halt alles Jawohl Was ist, wenn jetzt dein Chef sagt, du müsstest mal Montag oder Mittwoch arbeiten? Ähm Geht nicht Ich bin der Chef Ne, ist ja, ähm Vorher war es ja immer so Ich musste, ich musste, ich musste für den, ähm, nächsten Monat immer Bescheid sagen, welche Tage ich konnte und welche nicht Okay Und jetzt, dadurch, dass die eine Bibliothek halt weggefallen ist, komplett Und nur noch, nur noch die eine da ist, ähm, haben wir halt alle feste Tage Und ich hab jetzt den Dienstag und den Donnerstag bekommen, immer fest Was halt geil ist, was cool für mich ist, weil ich dann wenigstens mit was rechnen kann Und Planungssicherheit hab, ein bisschen, ne? Und kann mir den Rest halt mit, äh, Streamen und Videos einteilen und so, ne? Das ist Das ist gut Ja Ist zwar schade um die Um die eine Bibliothek, gell? Aber was willst du machen? Ja, für den reichen, ja Hier ist nur Schmutz Soll ich's betonen, dass ich noch keinem am Dreck gelehnt hab? Ich fühl mich grad, äh, ein bisschen, ein bisschen, ähm, overparen Ich schon dreimal Ja, du beschützt mich, du nimmst, äh, alles, äh, von mir weg Das ist gut Nee War das mit der beste, die du verloren hast? Ja, genau die Die beste hab ich verloren, die beste hab ich wiederbekommen Und jetzt steht das, siehst du Das ist, äh, ja, das ist super Ich würde sogar sagen, ja Die beste, ähm, ist Relativ schwer zu fahren Aber wenn man, wenn man grad anfängt Oder erst ein paar Monate dabei ist Und braucht ein bisschen Bad Was, ähm, guten Damage gibt Und eine richtig gute Heilung Für Orofero rumzulaufen Wenn du keine, kein, ähm, SHD-1000 hast Oder die Uhr voll oder was, egal, was Dann ist das hier absolut top, gell? Definitiv Ja, äh, ja, zu krass Story ist schon mal durch, inklusive DLC Immerhin SHD-39 ist okay Aber da wird schon noch Ja, habt geen Bock so Hättet ihr eher anfangen sollen Bin froh, dass ich deine Videos auf YouTube gefunden hab Danke dafür Danke fürs Anschauen Ich wollte, wenn ich Oh, oh Ich wollte, wenn ihr, wenn ein paar von euch helfen bekam Ich bin ja selber ein, ein Chaot, ne Davon abgesehen Wenn ich mal hoch, weiß Gott, alles nicht alles richtig Aber Willst du hier holen, die Drohne? Jo Lass mitnehmen Aber Wie ich schön, schön auch immer, immer schön beigebracht gekriegt hab Wenn du unten nur ein paar Leute helfen kannst Jetzt mal abgesehen davon, generell, ne Dann hast du schon gewonnen Deswegen Passt das schon Ah, diese scheiß Drohne Komm her, komm her Jetzt fährt die weg Bisschen wie ein Schaden Ja, das Find the cross place Kacke Immer noch nicht Immer noch nicht Ah, ist zu weit weg, gell Ich versuch's hier zu fangen Ich versuch's hier einzufangen Wirf dein Lasso Sie braucht bloß einmal getroffen werden Dann hat sie Ja, ja, ich weiß Dann dreht sie direkt rum Jetzt Haben wir sie Jawoll Jetzt ist es aber schlecht Bevor dann beiden sind weg Nur noch hinten rechts Ja, ich seh's Jo, sind weg Die Drohne hat mich so aufgekehlt in der Umwelt Besonders am Anfang Das war unfassbar Aber geil so Encounter halt, ne Mehr von denen fehlt Ja, die hat nur echt Und die hat nur nicht einmal Oh, ich wollte gerade sagen Die hat nur nicht einmal Auf mich geschossen Nein Ist weg Ich fand nachher noch Schlüssel für den Kollegen Ja, ist gut Ich freue ihn noch Ja, kein Crossface Wird echt mega schade Never Ending Story Was das angeht, leider In Division 3 dann Ja So in 10 Jahren Egal Ich wusste gar nicht, dass Diablo 3 10 Jahre alt ist Ja, ja Deswegen hat die Community Siehst du, das gleiche erwartet uns jetzt Das gleiche Schicksal erwarten uns jetzt Ja, ich sag dir doch Ja 10 Jahre und dann geht's los Ist scheißegal Wie gesagt, ich nehm's Ich nehm so in 10 Alles gut Machen wir überhaupt keinen Stress Und jetzt überleg mal Wo ich angefangen hab Denn mit Diablo 1 und 2 Das ist äh Diablo 1 Das heißt 30 Jahre her Alter 30 fucking Jahre Da musst du dir mal Auf der Zunge zergehen lassen Und Diablo 1 war ein Singleplayer Game Ne Da hast du nur Nur einen Krieger gespielt Und die anderen Klassen Die waren quasi deine Companions Die dabei waren Das war total krass Und dann kam der zweite Und der hat alles revolutioniert Alter, Sack, Sack Ich hab das gehört, Kevin Ja, du Ich kann mich noch an die Zeit erinnern Wo wir Scherben gespielt haben Wo wir Telefone hatten Mit Wahlscheibe Ja, geil Deswegen läuft doch die meiste Zeit Immer die kleine Mucke, hey Mich immer daran erinnert Wo ich herkomme Ich hab dir lieb, bis 1988 Schwarz-Weiß zu gucken Ja Da hast du kein Fahrgfernsehen Fahrgfernsehen Dann hab ich Stanley, Laurel Und Oliver Hardy Alter Dick und doof Beste Oder der gute Charlie In Schwarz-Weiß Da weißt du was los ist Ja, aber du bist ja ein Wessi Ja, ist korrekt Ja, aber das ist ja das Problem Du hast es immer Farbfernsehen Du kennst es gar nicht anders Na, wo will ich denn hin? Guck mal Wo, wo, wo Wo, wo Witts hin? Tauschen Parassa Ah Detecting additional hostile contacts I've got you Ok Haha, dieser Moment Wenn die Eltern eins zum Umschalten An den Fernseher geschickt haben Ja Hahaha Ist so, ist so, ist so Geil Ja, aber da Früher hat die Oma eben noch Bücher vorgelesen Oder wir haben Eine Schallplatte gehört Alter Meine erste Meine erste Schallplatte damals Jetzt könnt ihr Jetzt könnt ihr mal was hören Meine erste Schallplatte Die ich mir damals gekauft hab War von Ray Parker Jr Ghostbusters So Jetzt wisst ihr Jetzt wisst ihr Wie alt der Vater ist Jetzt wisst ihr Bescheid Jetzt wisst ihr Jetzt habt ihr Jetzt wisst ihr Ray Parker Jr Ghostbusters Was ist Ghostbusters? Ohohohoho Gutes Herz Ohohohoho Was ist Ghostbusters? Banause Weiß ich doch Ich weiß Ich weiß, dass du weißt Was du ein Banause bist Dachte über Diablo Und jetzt liebt das Ja und herz Erkriegen wir noch dazu Dann haben wir nämlich Ich bin gespannt Erste Woche Auch am Ende Was wir gucken Wie gesagt Es geht komplett Unvorher eingenommen dran Und Guck auf Warum Ach du kennst du Ach soo Ach soo Dann war ich bescheide Aber froh hat sich auch schon Testen wir das Ja Siehste So Aber es ist wirklich Es ist scheiße Richtig gut Also ich hätte niemals gesagt Die drauft sich Dann siehst du überall weg Weil das wirklich so Es zieht dich so In so ein Bann So ein Grind Passt halt alles Das Gesamtpaket passt Ich liebe das Grinden und seine Ausdruck Ausdruck zu verbessern Und dann OP zu werden Und Oh Ich liebe das Ja Ich möchte dass du dir jetzt noch mal Das was du gerade gesagt hast Es ist festgehalten worden Ne jetzt In der Aufnahme Ich möchte dass Es ist genau das Was auch Monsterhander stark macht Und das was dir auch gefallen wird Zu Gegebener Zeit Wie gesagt Hab ich dir ja gesagt Ja ja Beim nächsten gucken wir uns das an Genau Neues gucken wir uns an Und Ja 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 gut Ja ja gut Gut Ja Ja Die ist ja gut Ja Ja Ich hab noch nie auf dieses Switch Zeug gestanden Ich switche schon Mega Alter Nein Jetzt Jetzt hab ich Jetzt hab ich Mich verspekuliert Ja Ist so Baba So Dr. Alban Und Mr. President Yes Deswegen 90er Party Das Beste 90er Open Air Festivals Wie bitte Wer macht denn hier was Ich erinnere nicht mal Die Festung Wir kennen das In Diablo 3 unterwegs Die Festung Ich bin schon da Ich bin schon In D4 Wir haben aber wirklich Gerade einen Stronghold gemacht Ja Ja So eine Art Wisst du Ihr wisst was ich meine Wir haben Wir haben den Keller Den Keller gefunden Ach herrlich Ich kann ja auch nichts dafür Dass mich das so gecatcht hat Wie gesagt dieses Rumrennen Und stetig Wie gesagt beim Story Game Kannst du das nicht machen Da bist du irgendwann op Das ist richtig Wie bei Harry Schlotter Und dann geht es aber Nicht weiter Dann bist du op Und das ist dann Irgendwie langweilig Oh dann kam irgendwann LL Cool J Und 1 1 2 Ei nur Hi Allein wie ne Mucke Ja ist so Hab ich auch die Die besten Titel Da kam Peaches and Cream Und dann hast du nicht gesehen Können wir haben Ich alles hier drauf Alles auf der Playlist Dann rück doch mal da drüben Bisschen zusammen Und schick mir mal ne Einladung Oha 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 Dann mach ich das Wie gesagt Wenn jemand Vielleicht Bock hat Auf die Playlist Das bescheid Dann hab ich gern Die Spotify Playlist In In der Chat rennen Durch den Terzion Dem Terzion 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 Ablehnen Annehmen Abgelehnt Der lädt mich ein Abgelehnt Ich weiß nicht Was ich Anfang 90er gehört habe Irgendwas Hiphop mäßiges Ich war total krass Früher hatte ich echt Meine Phasen Was das angeht Und mittlerweile hör ich alles Wirk auch Den guten Helge Gute Helge ja BUNTA BUNTA DA BLASA Ich hab noch immer ne Festplatte mit 20 Gigabyte Oldschool R&B Herrlich Willste hinlatschen Oder willste Ich hab gehört Wenn man zu Fuß geht Dass man dann Bisschen fitter bleibt Ja aber du stolperst oft Ach das ist nicht schlimm Hey Der das soll Bitte einmal anhören Otto Schallplatten Hab ich früher auch immer gehört Oh ja Da hab ich noch eine Sogar umliegen Oh Hast du mal ne längere Fassung Hintet Wo ich dem hin Oh geil Oh geil Ja Na komm Hier ist ein bisschen Viel los Quatsch wie kommt's denn da drauf Ich muss grad an Will Smith denken Ja Hab ich auch drin Was willst du haben Das sind Turfers White White West Man in Black Get jiggy with it Miami Alter Alter Hallo Beruhig dich Hat da mitgekriegt Bad Boys 4 kommt Offiziell Bad Boys 1 und 2 Mit die geilste Dritte war auch gut Aber wir haben sie Mit die geilsten Actionfilme Aber es gab doch schon Ein Remake oder Bin ich blöd Nein Nicht Die Fortsetzung Bad Boys 3 Ja ja Und der Vierte kommt Auch Ach was finde ich Machen wir jetzt Die Propaganda Wir müssen weiter Jetzt nicht Jetzt nicht Am Propaganda Die Chefs dir Das ist 100% Deine scheiß Spezialmunition Die du drin hast Man kann sein Ich bin ja Wo, wo will er uns herlotsen? Ich bin grad so ein bisschen verwirrt. Das Schlimme ist, dass mir die Ablob jetzt so gut gefahren hat, dass ich zurzeit auf nichts anderes Bock hab. Ja, das ist das, was ich sage. Ja, da bin ich zum Glück, zum Glück im Moment, ich kenn das Gefühl, aber im Moment krieg ich das gut gehandelt. Ein bisschen geht halt immer. Ein bisschen schade ist tatsächlich, dass erst Ende April Sunbreak kommt. Das hätte jetzt Anfang April kommen müssen, das wäre der Hammer gewesen. Ach, ihr seid schon abgehauen, ihr machtet euch alleine weiter. Jo, läuft. Nö, der so nicht gucken, was hier los ist. Ja, ihr guckt da hinten mal zu. Ja, wir suchen grad noch ne passende Wohnung. Ist so. Ach so. Na gut. Oben soll was frei sein. Für junge Menschen und für die Alten unten im Keller. Ah, okay, gut. Wir kommen jetzt hier rein. Oh, hi. Ah. Wir lieben die Stadt und noch ein bisschen lesen und hören uns. Danke, Brüllo. Viel Späßchen, gell? Dann fand mir schön ein paar Kies. Ach ne, allerdings. Ähm. Hier hoch. Ja. Waschlandet, hier ist nochmal öfter mal ein Kopfgeld. Ach du Scheiße. Bei einer anderen Kopfküller. Oh, das gibt's doch nicht. Alter. Du bist im Arsch. Ich dachte ihr wartet, ich dachte ihr seid die beiden Typen gewesen. Ja, so geil, Nunu. Das freut mich auch. Auf ganz blöd vielleicht ne Weile Fernbus-Coach-Simulator zocken. Hey, Verzweiflung pur. Fernbus-Simulator. Ich find den einen Typ auf TikTok so geil. Ich hab den Namen von ihm vergessen. Ich spiel die ganze Zeit diesen Bus-Simulator. Könnt ich mich kaputt laden? Kalle. Kalle. Kalle? Mhm. Wenn ihr das sagt, dann stimmt das schon. Kalle, genau. Geil. Alter, der Dicke, der Dicke. Ah. Ich hab keinen gesehen. Oh Gott. Da kommt der die Tür rüber. Geil mit der Rabatte. Wo ist der Navarro? Kommt noch ein Dicker. Oh, der kommt rauf. Ah, du Scheiße. Einmal durchschlagen hier. Ist zwar benannt. Macht ihr bitte mit. Aber. Wer hat den Rucksack geschossen? Geil mit der Rucksack! Hehehe. Okay, Lieutenant Van-Tam. Klingt wie eins meiner Lieblingsgerüchte. Van-Tan. Ja, so. Ein Wann-Tan. Schön paar gebackene Wann-Tan, ja, gut. Okay. Welche ist es? Kopfgeld. Potomac. Ah, Kopfgeld in Potomac. Nice. Gut. Tschüss, Lübi. Hm. Aber Terz kannst du das schon machen? Warte. Also, da sitzt hier die Sonder-Sonder nicht da reinrennen. Warum ist das schon frei? Bist du frei, okay. Nee, kannst du das, kannst du diese Mission schon machen oder hast du die Fahndung schon anliefern? Ach, Kikern. Wann denn? Hm, gestern. Und musst du gestern alleine spielen? Weiß ich nicht. Alter von Kikern. War so online? Ja. Gar nicht. Ich hab nicht drauf gehabt, ich hab nur eben schnell die Fahndung durchgezogen und dann bin ich wieder aufgegangen. Mh, da war immer. Genau so. Ob das erscheinbar ist, ich bin meinen ganzen Tag online. Ach, jetzt kann ich mich noch nicht mal heilen, wenn ich hier... Was glaubst du? Ich hatte Blutungsschaden gekriegt, wollte mich heilen und der Feindung war langsamer als der Blutungsschaden. Was siehst du? War ne Arterie. Der hat mich in dem Oberschenkel getroffen. Achso, fertig nur. Aber hier, Baba, du könntest definitiv auch überlegen, Sunbreak zu holen für die 5, 6 Wochen, ne? Bis, äh, jetzt weiter anfängt. Ein 2. Juni für die Vorbesteller. Und wer flippt das los? Draußen der Hund. Oh. Hm, ja, mach das. Ist wirklich. Ist nochmal, nochmal um Längen besser. Daniel, mach mal deine Drohne kaputt. Die bleiben mir mal da oben hängen. Oh ja, I see. I see. Das ist ja, wenn wir jetzt aufgefahren so schnell. Ähm. Das ist nochmal... Rise ist schon geil, aber das Add-On ist nochmal, äh, ne gute Ecke besser. Also echt krass. Allein das Setting passt und fügt sich wunderbar in Diablo dann später ein, ne? Hat so ein bisschen, ähm, ähm, blutiges Vampir-Meerwolf, äh, ganze Banien-Style, das Add-On. Hehehehe. Das ist alles, geht alles Schande in Hand, ne? Schande. 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 Wer kennt das eigentlich nicht? Ja, hehehehe. Gillette-Shot-Shot-Man? Kennst du doch noch? Habt ihr früher gefeiert? Natürlich. Meinst du die Shot-Shot-Man und die Shot-Dick-Man? Der gab ja schön die normale und die geschnittene Variante. Daniel war aber Background-Sänger von Scat-Man-John. Skat-Man-Dick-Dick-Dick-Dick-Dick-Dick-Dick-Dick-Dick-Dick-Dick. Ja. Ja. na ja ja na jetzt hebt er den hinter dem äh den geht es auf ich fasse ne na ne mal hm na wenn man bedenkt dass genau zu der Zeit Mark Wahlberg als Rapper raus kam war eine steile Karriere danach Hammer gell ja auf jeden Fall gute Mark ich mag gute Nelly scharfschütze mit Spezial Munition hinter uns die Tür hier sind wir wieder tot das lächerlich Alter du brauchst ein bisschen mehr Heilung oh ne ne scheiße jetzt wollte ich cool machen und hab direkt die Quillum gekriegt Terz errettete uns oh pass auf hinter dir Terz Terz ist auch gleich tot da fang auch von vorne an nein du darfst nicht du musst dich heilen du musst dich hast du ein hast du ein hast du ein hast du einen die drücken die halt in den Sondermissionen ein bisschen mehr damage das Problem ist aber ich hab heute irgendwie so den Daniel in mir das Spiel das kann passieren der wurde der wurde dann halt geliebäugelt warum kann man nicht weil Terz wie er lebt und solange wenn er jetzt reinläuft ah doch du lebst ja wenn er jetzt reinläuft dann müssen wir nicht von vorne anfangen ja die Mission ist ein bisschen komisch normalerweise ist es eigentlich wenn alle tot das ist ein bisschen komisch ja die Hosen damals hat die halbe Community reingepasst ey die sind die sind jetzt wieder in so ein bisschen und besonders Cargo Buchsen und so und hast du nicht gesehen also ist krass die sind nur an der Hüfte weißt du was das Schlimme ist die Homeboy Buchsen von früher kennst du die Kunden Homeboy Buchsen super geil super geil in Berlin ist das ganz doll schlimm eine Flasche hinten rein kriegt es in der in Berlin ist ganz doll schlimm die Mädels hier es gibt keine Mädels mehr mit diesen diesen 80er Jahre Buchsen oder Anfang 90er ich meine Tatik schon mal und ich wollte nicht ja und jetzt guckst du dir die Mädels und denkst du alter bin ich wieder siegte Klasse oder was ist hier los ja das ist echt krass kommt wirklich aus wieder aber ich will so eine Braut nicht das zieht scheiße aus leider ist die Musik ist halt die Musik ist halt brutal im Moment gestern weil es dann ist schwierige Koste finde ich persönlich du musst hier rechts genau also auch den geilen Skin für die M4 den orangenen geil ist mega das ist wie so von früher auch diese diese einen Bonbons da hier weiß warum alter die sind genau auf meiner Leiche machst du mal einen Hive rüber hat er ja noch nicht reingenommen doch ne ah hm dann oh das wird jetzt interessant das wird der shit aller oh haha so ja du musst da weg aber mach dir den hier fuck 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 nein die dicke die dicke dann überleb die dicke hat mich da rausgesprengt ich versuche hinter den zu kommen und dem die puxen zu ziehen wieder hat sich immer doch 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 mach äh ach so ich guck da nicht so wiederkommen ja wenn hier weg von dir extra noch das ist eine gute Idee ist eine ganz schlechte Idee ja ich mich hier schon ganz schlechte Idee dahinter ist auch ich sag ich scheiße Mann ich war doch hier super nee aber ich musste den weg erst mal lang laufen da muss ich rollen auf andere hört macht einfach keinen sinn auf andere das macht überhaupt keinen zitten nein gar nicht ich hätte dir alle jetzt schön weg machen können und nein ich wollte dir helfen und nein du bist du bist du halt sozial im schraubstock krieg der mit montell jordan ja mega supergeil der zeit gab es noch ganz für mich die echt gut waren aber das ist ja alles richtiger schrott als am stil war besser als am stil vier hasenjagd mit ramirez ja da habe ich viel gelernt in der eis am stilzeit sei durch ich auch tipp zum beispiel auch aber aber nur von den dicken tipps und tricks bei benny und johnny hat das nicht geklappt ist noch die mission doch noch mal von vorne was sind die denn das war hinten durchlaufen das ist wahrscheinlich weil wir uns ja auch gerade schon gewundert haben dass das geklappt hat wo wir alle tot sind hörte auf das ist ja jetzt nicht selbst die große drohne ist die würde eh nicht in die mission reif fliegen komm starten neu den scheiß hier ist gut ernsthaft jetzt ja okay dann machen wir das noch mal die wollen dass wir noch ein bisschen länger spaß im spiel haben ist kein problem kommen wir porten uns noch mal vorne hin ja 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 also das muss man sagen das haben sie gut gemacht massive bucharest wir haben gleich noch die ganzen fehler mit übernommen das team vorher gemacht hat das witzige ist ich werde wahrscheinlich ausloggen müssen weil ich kann sie ja weil ich kann ja nicht ja ich kann ich kann nicht kann nicht geht nicht ich werde ich werde nochmal machen genau macht ihr das alle mal dann haben wir es alle gemacht das ist gut musst du leider schneiden ich bin gerade La Croix ich bin ja überlegen den hat er aber keinen sub geschenkt also nicht hier geil so jetzt kommen wir nochmal das ist irgendwie ein ganz komisches feature habe ich bei anderen streamern auch hat ihnen einen sub geschenkt bla 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 ja du kriegst dann du kriegst dann einfach welche selbst wenn du nicht oder selbst wenn du da gar nicht gar nicht reingefollowt hast oder genau gar nicht zuschauen einfach nur weil vielleicht eventuell in deiner kategorie passen könnte so 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 nice ist das für dupe direkt auch schon drin hier mit dem 2 in der nutshell ist gut so wie bei denn s System rebooted. Morning. Entering Docter. Danzwon 81. Wirft LCAO EXM ins Pro Noob Training. Danke fürs Geschenk. Vielen Dank. Danzwon 81. Gifted it here 1. Subtool LCAO EXM. We have given 123 Giftsabs in the channel. Ja. Vielen Dank. Bin beides raus. Und ich habe mich durch. Ich hoffe, jetzt bin ich nicht mehr, der die Nigel erlaubt, dass man die Busche kriegt. Ja, guck mal. Wieso ist hier ein roter Mob hinter mir? Ja, ich wollte gerade sagen, der war auch hinter dir, der war auch fies. Der Glück war mir noch gar nicht so weit. Ich habe die ganze Nacht in ihre Schlafzimmertür geklopft, doch sie hat mich nicht rausgelassen. Ja, hast du gesagt, da bleiben die mal hängen, ne? Ja. Gerade bei Kimmatt, ey. Immer hier irgendwie an dem Durchgang, warum auch immer. Ja. So. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 so was solide aufgeräumt jetzt noch einmal partout na hoffentlich nicht der linke seite wieder oh der nächste part war critical ja So, jetzt Opi-Pass. Die Dicke, die Dicke. Äh, warum treffe ich den, Dicke? Trotz Line of Sight. Ja. Fuck, nein! Okay. Nice, da war ne gute... Oh, da war gut. Ich glaube, wir sind jetzt sauer. Wo ist der Dicke von eben? Der weg! Dann hab ich... Weggesnackt. Okay. Oh, da war die Drohnen in den Missionen hier, gell? So. Oh, da war die Drohnen in den Missionen. Jawohl ja! Achtung, der Sniper! Da war immer noch hinter dir. Hm. Ah, da ist Bantam. Hey, du gehst aber schnell da. Hey, das sind wir kurz vorm Post. Alter, gibt's ja gar nicht. Oh, fuck. Oh. Oh. Oh, da oben. Ich geh kaputt. Ich steh da. Ne. Okay. Dahinter runter. Okay. Hey. Cool. Da oben komm ich den Loot nicht ran. Richtig? Da liegt doch ja. Achso. Ne, da oben. Ich hab da oben noch Loot. Da oben. Achso. Komm ich nicht dran. Ah ja, da hab ich auch noch Loot, ja. Vielleicht, äh, ja. Vielleicht, äh, ja. Hier. Nicht so slim. Hier, äh, ne. Ne, ne. Und hier hast du nur einen besseren Ausblick. Hahaha. Stell dir mal vor, es wäre das Teil. Es wäre das Teil, was dich weiterbringt im Leben. Und du kommst nicht ran. Bitte, bitte. Das ist so krass. Wolltest du mal eine Empfehlung von einem Nasche-Experten? Knusprig mit Cheddar-Geschmack. Nachos mit selbstgemachter Käsesauce? Kann dir Rezept geben. Richtig gut. Easy peasy. So. Up in the Schloss. Lusprig mit Cheddar-Geschmack? Ein Tuk-Tuk-Keks. Oh my god. Wieso denn? Tuk-Tuk-Kekse schmecken lecker. Mit Sour Cream schmeckt es mega geil. Sour Cream ist aber kein Cheddar. Dann halt mit Cheddar-Cream. Ne, aber... Cheddar ist doch auf den... Ist doch in Pulverform auf den Tuk-Tuk-Keksen. Aber dann... Nur weil ich die mir grad gekauft hab. Fürs Wochenende. Ja, aber dann ist ja... So wenig wie möglich bewegen. Das ist ja ein Hauch von nothing. Ach der, ihr habt eine kleine Cracker. Ja, da bin ich raus. Kleine Cracker. Kleine, klein bin ich raus. Daniel, ich hab mir übrigens überlegt, ich werde in der Zeit schlafen, wo Controller und Headset lädt. Oh! Oh! Oh, das ist eine gute Idee. So lange kann man ja dann... Ja, sind wir jetzt hier fertig? Können wir ja ein Diablo umloggen, oder? Oha! Was ist in St. Louis? Was ist in St. Louis? Oha! Was ist da schon? Du ist da schon wieder Giotto, oder? Nein, ich bin das nicht! ok an und beendet und mir fällt in kein stein vom herz aber ein behälter feldex pferde aus der tasche raus so that's it und 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 und